Guten Morgen meine lieben Freunde des Musikgeschmacks und herzlich Willkommen zu diesem Vlog beim Neujahrskonzert 2019. Wir nehmen euch jetzt so ein bisschen durch den Tag. Wir haben jetzt Sonntagmorgen um 9 Uhr und gleich beginnt unsere letzte General-Anspielprobe nochmal. Dann nehmen wir euch mit und zeigen euch mal, wie das eigentlich so mehr abläuft. Ihr seht ja uns eigentlich nur, wenn wir auf der Bühne stehen. Dann kommt hier rein, setzt sich hin und genießt das Konzert, aber wir nehmen euch jetzt einfach mal in die Welt dahinter mit. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr habt schon einiges von den Proben jetzt gesehen. Das Hören unserer Kameramann hat natürlich eifrig mitgefilmt. Die Halle füllt sich jetzt noch circa eine halbe Stunde bis Konzert beginnt. Und alle gehen jetzt langsam auf ihre Plätze vom Orchester. Wir spielen uns jetzt auch gleich nochmal ein, stimmen nochmal durch und dann freuen wir uns auf ein schönes Konzert. Viel Spaß! Das Konzert ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt circa eineinhalb Stunden gespielt. Jetzt wird noch abgebaut und dann geht es für uns weiter. Checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung, da packen wir euch dann die Aufnahmen ran, sobald ihr online sind auf YouTube. Checkt auch unser Instagram, unser Facebook ab. Dort sind wir auch vertreten. Ich würde sagen, ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr dieses Video seht. Bis dann! Bis dann!